Haben Sie verstanden? Ist das klar? Bestätigen Sie. Empfangen Sie mich. Haben Sie verstanden? Antworten Sie. Bestätigen Sie. Ist das klar? Sie haben einen Datacon gefunden. Gute Arbeit. Jeder Datacon liefert uns Informationen. Sie haben einen Minicon gerettet. Gute Arbeit. Jeder gerettete Minicon gibt Ihnen Zugang zu Extrafunktionen und anderen Waffen. Halten Sie draußen im Feld Ihre Augen offen. Minicons können überall sein. Gerettete Minicons können ausgerüstet werden. Im Autobot-Hauptquartier können Sie umrüsten. Dahin gelangen Sie durch das Warped Tour. Unser alter Feind Unicron umkreist erneut Cybertron. Unsere Heimat sieht ihrem Ende entgegen. Unzählige Leben werden versiegen. Unsere aktuelle Feuerkraft ist seiner Verteidigung weit unterlegen. Wenn wir aber genügend Minicons zusammenbringen und ihre Kraft vereinen, könnten wir siegen. Wir brauchen mehr Minicons. Suchen Sie weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Noch einen Minicon und wir zeigen's Unicron. Gleich haben wir's. Noch zwei Minicons und Cybertron ist gerettet. Gute Arbeit. Es fehlen nur noch drei Minicons. Dann reicht unsere Kraft, um Unicron anzugreifen. Unicron ist besiegt und Cybertron gerettet worden. Den Sensoren zufolge sind aber noch Minicons hier auf der Erde zu retten. Beseitigen Sie bei ihrer Suche auch etwaige verbleibende Decepticlone-Widerstandsnester. Optimus Prime. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Los geht's. Na dann los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bringen wir's zu Ende. In den Kampf für Cybertron. Bis alle vereint sind. An die Arbeit. Lasst uns nicht verzagen. Longarm wird im Feld Ihr Begleiter sein. Sie können mit ihm einen Powerlink eingehen und somit für kurze Zeit Ihre Kampfkraft erhöhen. Aber Vorsicht. Diese Verbindung wird Sie Energon kosten. Jolt wird im Feld Ihr Begleiter sein. Sie können mit ihm einen Powerlink eingehen und somit für kurze Zeit Ihre Kampfkraft erhöhen. Aber Vorsicht. Diese Verbindung wird Sie Energon kosten. Hervorragend. Mit diesem Minicon reicht unser Kraftlevel aus, um einen Gegenschlag gegen Unicron auszuführen. Er wird Cybertron gleich angreifen. Sobald Sie bereit sind, heizen wir ihm ein. Unser alter Feind Unicron umkreist erneut Cybertron. Unsere Heimat sieht ihrem Ende entgegen. Unzählige Leben sind bedroht. Aber durch die Minicons reicht unser Kraftlevel aus, um einen Gegenschlag gegen Unicron auszuführen. Sobald Sie bereit sind, heizen wir ihm ein. Das Warptor ist ein Knoten eines Weltraumbrückennetzes. Mit ihm reisen die Minicons über die Erde. Aktivieren Sie diese Tore, um Ihren Fortschritt einzuloggen oder zum Hauptquartier zurückzukehren, wo Sie Energon auftanken und andere Minicons ausrüsten können. Positiv. Verstanden. Alles klar. Schon dabei. Roger. Okay. Geht klar. Wird gecheckt. Schon unterwegs. Klar und deutlich. Ja.